Bonusmaterial Essay von Rüdiger Lenz Das Auge des Herzens Sing Sehen Irgendwo in einer Wüste treffen sich Sokrates und Prinz Sedata. Du bist auch hier? fragte ihn Sokrates. Sie, antwortete Prinz Sedata. Siehst du es? Staunend gingen beide auf eine etwa fußballgroße Eiskugel zu und blieben vor ihr stehen. Was ist das? fragte Sokrates. Worauf Prinz Sedata antwortete Das ist Sokrates. Das ist alles. Der Prinz lachte und war voller Freude. Sokrates aber berührte die Kugel. Sie ist sehr kalt. Sie ist gefroren. Wie kann inmitten dieser Gluthitze eine Eiskugel sein? Sedata antwortet lachend, fast großväterlich, dem verwirrten Sokrates. Sokrates, was du siehst, ist wie Eis. Und was du fühlst, ist wie Glut. Doch was vor dir liegt, ist wie du. Alles ist wie du. Nach ein paar Minuten etwa sagte Sokrates zu Sedata, Sedata, Göttliches ist in dir. Ich habe verstanden, was du gesagt hast. Prinz Sedata legte seine Handflächen zusammen, schloss seine Augen und saß einfach da. Dann sagte er, Sokrates? Ich war vor langer Zeit an einem Ort, an dem es sehr kalt war. Überall waren riesige Berge gefrorenen Wassers. Nichts war dort, außer mir. Dort geschah es. Ich sah am Horizont flackerndes Licht. Doch als ich näher kam, wurde mir klar, dass es ein Feuer war. Es war so groß wie diese Eiskugel. Nichts und niemand war zu sehen. Ich wärmte mich an dem Feuer, denn mir war sehr kalt. Das Feuer brannte und brannte. Dann kam Sturm auf und ich konnte weder meine Hand noch das Feuer sehen. Als der Sturm sich gelegt hatte, brannte das Feuer noch immer. Es war weder kleiner geworden, noch war es mit brennbarem Material versorgt. Nichts war zu sehen. Es war nur ein Feuer ohne Holz. Niemand hatte es entzündet. Dann bin ich wieder gegangen. Und heute bin ich hier. Jeder sagt, es sei unmöglich, inmitten einer Wüste eine Eiskugel zu sehen, die nicht schmilzt. Es sei ebenfalls unmöglich, inmitten einer Eiswüste ein Feuer zu sehen, das nichts und niemand zum Erlöschen bringen kann. Und doch gibt es beides. Sokrates fragt sich, warum? Ja, entgegnete Sokrates. Sind wir verrückt oder haben wir eine Halluzination? Prinz Siddhartha erwiderte, ich bin erwacht und habe durch dein Warum nun das Auge des Herzens in mir. Du hast mein Auge geboren. Ich bin Gautama Buddha, der Buddha. Ich werde dir jetzt davon erzählen, dass dein Warum nicht ist. Sokrates starrte den Buddha wispelgierig an und nahm alles in sich auf. So wie alles wieder auf die Erde fällt, so ist es mit dem Leben auch. Es ist überall, gleichsam einer Energie, die im ganzen Universum, wie du es nennst, existiert. Alles ist gefüllt mit Lebensenergie. Sokrates, nach deiner Lehre kann es nicht sein, dass in einer Eiswüste von selbst ein zeitloses Feuer lebt, aber es lebt. Die Erde ist im Vergleich zu deinem Universum ein Feuer. Im Weltall ist es so kalt, dass dein warmer Körper dort schneller gefrieren und zerbrechen würde, als ich auch nur einen Laut von mir geben könnte. Am Anfang war dieser Klumpen. Ein riesiges glühendes Staubkorn. Mache dir sein Werden klar, Sokrates. Die Eiskugel, die vor uns liegt, steckt voller Leben. Deswegen kann sie sein. Und ebenso kann ein Feuer in einer Eiswüste sein. Deswegen ist Sokrates, Sokrates. Der Mensch steckt so voller Einbildung und verschulter Bildung, dass er gar nicht mehr erkennt, dass das Auge des Herzens ihn bildet. Dies ist sein Elend. Sokrates, du spürst das jetzt, was Leben ist. Es ist in der ganzen Welt und du bist ein Teil dieser Welt. Es ist in dir. Es ist eine Kraft, eine Energie, die alles befreit, was die Menschen das kann nicht sein nennen. Du hast gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich sage, lehre die Menschen, ihr Auge im Herzen zu erkennen, damit sie wissen, was sie nicht zu wissen brauchen. Das Leben findet immer einen Weg. Du weißt auch dieses. Ein Vogel, der so klein ist, dass er in deine Hand passt, überlebt einen kalten Winter mit wenig Nahrung und vielen Feinden. Das Leben, das in ihm ist, ist viel, viel größer als der kleine Vogel. Deswegen überlebt dieser Vogel. Ob der Vogel das weiß, ist unerheblich. Viel schamvoller ist, dass der Mensch sich seiner wahren Kraft nicht bewusst wird und nach ihr strebt. Eher strebt er nach dem, was er heute bekommt. Du weißt jetzt, Sokrates, dass wir so sind wie diese Erde und dass diese Urkraft der Erde ein Gesicht gegeben hat, dir einen Namen und dem Universum seine zeitlose Entfaltung und Größe. Alles vergeht, nichts hat Bestand, heißt in Wirklichkeit, dass alles ewig wehrt. Sokrates und der Buddha. Sokrates konnte sich nicht zurückhalten und sprach hastig zum Buddha. Du sagst, die Sonne wärmt die Erde nicht? Sie selbst, entgegnete Buddha. Sokrates setzte sich in den Wüstensand und dachte, wenn der Buddha sagt, dass die Sonne die Erde nicht wärmt? Plötzlich schrieb Sokrates mit seinem Finger etwas in den Sand. Die Erde war ein klumpen Sternenstaub. Wie ein Baby bemühte sie sich und wandte sich der Sonne zu. Die Erde entwickelte eine wärmesaugende Oberfläche, weil sie wie Sokrates ist, dem kalt ist und der seine Kleider trägt. Dies ist die Urkraft, die nur jemand erkennt, der durch das Auge des Herzens zieht. Diese ist Schöpfungskraft in allem. Alles ist wie Sokrates und der Gautama Buddha. Der Buddha berührte Sokrates Hand, dabei schaute er liebevoll und zufrieden und sagte, jetzt ist Sokrates ein lebendiges Wesen. Du wirst immer sein. Fortan und ewig ist ein Tag. Du bist sein Wesen. Das Universum ist wie ein Herz. Es schaut uns mit seinem riesigen Auge fortwährend an. Ich weiß, dass ich nichts weiß, wenn ich nicht sehe, was das Auge mir zu sagen hat, sagte Sokrates. Der Buddha atmete tief ein und schaute zum Mond. Sieh, siehst du es? Dabei schloss der Buddha seine Augen, um mit seiner Meditation zu beginnen. Sokrates entgegnete respektvoll und leise, Gautama, wie viele Sterne, wie viele Augen, wie viele Herzen.